Damit es Ihnen gut geht, sollten Sie auch gut gehen können. Der diplomierte Podologe Rene Wertmüller pflegt Ihre Füsse, fertigt Masseinlagen und hat auch den richtigen Schuh für Sie. Gerade falsch geschnittene Zehennägel führen oft zu Infektionen und Verwachsungen. Deshalb schneiden wir Ihre Nägel richtig, wir behandeln Fusserkrankungen, wir tragen fachgerecht Hornhaut, Schwielen und Hühneraugen ab und fertigen künstlichen Nagelersatz. Mit modernen Hilfsmitteln sorgen wir für beschwerdefreies Gehen. Vereinbaren Sie einen Termin, wir kommen gerne zu Ihnen. Podologie Wertmüller, damit Ihre Füsse wieder lachen.